So, moin und herzlichen Glückwunsch zu diesem neuen Stream. Wir schreiben Sonntag, den 1. Oktober 2023. Ich muss gerade lachen, weil ich eben, habe ich so überlegt, was ich gleich sage und dann habe ich Oktober gesagt. Ja, herzlich willkommen, wir sind wie immer pünktlich live auf diesem Kanal. Und auch heute waren wir wieder Dirt Rallye 2.0. Aktuell läuft unser RaceNet Club Event, an dem ihr sehr, sehr gerne teilhaben könnt und auch teilnehmen könnt. Wenn ihr das hier auf YouTube seht, klickt einfach mal unten in der Videobeschreibung auf den Link. Es darf jeder mitfahren, auch wenn ihr jetzt das erste Event von 12 schon verpasst habt. Ihr könnt jederzeit zwischendrin einsteigen, bekommt halt dann nicht mehr ganz so viele Punkte. Aber wir fahren ja hier eh mehr um den Spaß als um alles andere. Und auf geht's los. Und ja, wir schauen uns mal an, wo es diese Woche hingeht. Achso, wenn ihr den RaceNet Club sucht, das ist im, ihr startet ja Dirt Rallye hier im Hauptmenü. Dann klickt ihr einmal R1 für freies Spiel und dann findet ihr die RaceNet Clubs unten rechts. Und wenn ihr uns beigetreten seid, dann wird das hier auch aufgelistet. Und dann findet ihr ganz links in der Liste den Dirt Rallye Club von Southwest 1972. Das ist sein Name im Spiel. Wie gesagt, Southwest Studio heißt er bei YouTube. Und wenn wir hier auf Quadrat drücken, dann sehen wir, es geht diese Woche nach Wales. Also aktuell steht es in der Meisterschaft nach einem gefahrenen Event. Und auf Platz 1, Deggi2904 mit satten 15 Punkten. Dicht gefolgt von Uri444444 mit 12 Punkten. Gefolgt von Stefan1701D mit 10 Punkten aus Österreich. Danach kommt auf Platz 4, Bodo radiert mit 9 Punkten. Direkt hinter Bodo kommt sein Namensvetter Frodo. Die reimen sich und die sind auch ganz dicht beisammen mit 8 Punkten. Dann haben wir schon den guten Percy auf Platz 6 mit 7 Punkten per Gelator. Auf Platz 7, yours truly, Shuriken1337 mit 6 Punkten. Dicht gefolgt von Stefan aka Southwest Studio mit 5 Punkten. Dahinter auf Platz 9, Mob Infanterie aus Japan. Ich weiß tatsächlich nicht, ob er wirklich aus Japan kommt. Der ist schon ganz oft mitgefahren. Der war schon, keine Ahnung, bei den letzten 5, 6 Events immer dabei. Ich kann nicht verifizieren, ob der wirklich aus Japan kommt. Ich habe noch nie mit dem Mensch Kontakt gehabt, außer über diese Liste. Aber er fährt für Japan. Dann haben wir den Luzifer87 mit 3 Punkten. Den Airplayer73 mit 2 Punkten. Und BazookaYouTube mit einem Punkt. Und den El Centino mit einem Punkt. Und den Semmelbösel. Hey, Semmelbösel. Ich wusste gar nicht, dass du mitfährst. Das freut mich aber. Cool, auch mit einem Punkt. Biber Butzemann mit einem Punkt. Jetzt schauen wir uns mal an, welche Klasse wir fahren. Wir fahren die Gefürchtete, will ich sagen. Gruppe B Allrad. Ja, und da gibt es für mich halt nur ein Fahrzeug, was ich wirklich gewillt bin zu fahren. Die sind alle nicht schlecht. Ja, der MG ist sogar nicht schlecht, obwohl das der hässlichste Wagen hier im Feld ist. Der Ford fährt sich super. Der Lancia Delta ist eigentlich so ein Klassiker. Der Peugeot ist auch sehr gerne gefahren. Wobei der mit dem kurzen Radstand manchmal ein bisschen nervös ist. Gerade hier in Wales. In diesen engen Waldstraßen. Da fahre ich den nicht so gerne. Da würde ich eher den Lancia nehmen. Aber ist auch ein sehr beliebtes Auto. Aber ich muss leider die Röhrl-Rakete nehmen. Den wohl zickigsten Wagen hier im Feld. Einfach weil es ist das letzte Mal, dass wir die Klasse fahren. Und da muss man einfach S1 fahren. Und außerdem hat der Stefan heute Mittag schon S1 gefahren und vor ihm der Percy. Deswegen schließe ich mich dem natürlich an und setze mich auch ans Steuer dieser Killermaschine. Ich habe schon ein bisschen Schiss in der Buchs, muss ich sagen. Also wenn ich ohne abzustürzen ins Ziel komme, dann ist es schon die halbe Miete. Dann ist die Zeit fast egal. Weil mit dem Audi ins Ziel zu kommen, ist schon gar nicht so einfach. Tief durchatmen. Start. 6 links über Kuppe lang. 40, 6 rechts durch Senke. Da hat sie sich versprochen. Viel Glück. 6. Okay, so. Ihr werdet das Ganze in meiner schönen Mixed Reality Cockpit Ansicht sehen. Da seht ihr meine Hände am Lenkrad. Hier seht ihr die Schaltung und da drüben ist die Handbremse. Die kommt aber bei der Karre nicht so oft zum Einsatz. Die brauche ich nur zum Starten. Okay. Ich bin nicht bereit, aber was soll's. Wir probieren es einfach mal. Wünscht mir Glück. 5, 4, 3, 2, 1, los. 6 links über Kuppe lang. 40, 6 rechts durch Senke. 80, 6 links lang über Kuppe. In 5 rechts über Kuppe. Und 5 links lang. Links halten über Kuppe. In 5 rechts. 40, rechts halten über Kuppe. 120, 6 rechts, sehr lang durch Senke. In 4 links über Kuppe. In links halten für 260. Über Kuppe durch Senke. In 5 rechts, macht auf. Über Kuppe und Sprung. 60, 6 links. In 5 rechts über Kuppe. Und 5 links durch Senke. Links halten für 40. 5 rechts lang. Macht zu 4 über Kuppe. 30, 5 rechts über Kuppe. In 4 links lang. Und 4 rechts lang. Macht zu 2 bei Stämmen. 30, 4 links über Kuppe. In 4 rechts übersprungen. Und 4 links lang. Durch Tor. Macht zu 2. Sofort Abzweig. Sofort Abzweig. Kehre rechts weit. 160. Über Wellen. 6 rechts. Über Kuppe und Welle. 90. 6 links. Über Kuppe. 60. Kuppe und langsam. Links halten für 30. 2 rechts. Camber eng. Und 6 links. 30 übersprungen. In 2 links. Macht zu. Und 1 rechts über Kuppe. Macht auf. 50. Links halten. In 6 rechts über Kuppe. Und 5 links über Kuppe. Camber. In rechts halten über Kuppe. In 4 links lang. Durch Senke. 60. Kuppe und 4 rechts. Sehr lang. Macht zu 2. Durch Pfosten. Macht auf. 90. Kuppe und 5 links. Don't cut. Übersprung. 60. Voll mittig halten. Über große Sprung. Und Welle. Da habe ich einen voll verloren Grad. Nach dem Sprung. Über Kuppe und Tor. Übersprung. 60. Kuppe in 4 links. Über Kuppe. Welle. Macht zu langsam. 1. Macht auf. Über Kuppe. 60. Kuppe. Und 5 rechts. Durch Senke. 150. Über Wellen. 4 links. Über Kuppe. Sprung. 40. 5 rechts. Durch Senke. Macht auf. 50. Über Kuppe. 150. Durch Senke. 3 links lang. Don't cut. Durchposten. 80. 2 links. Cut. Und 4 rechts. Über Kuppe. Macht auf. 80. 5 rechts lang. Durch Senke und Sprung. Langsam 50. Kehr links. Right. 100. 4 rechts. Sehr lang. Macht auf. Don't cut. Über Kuppe. 100. Über Ziel. Bis Stopp. Holy shit. Okay. Das war gar nicht mal so schlecht. Aber ein paar Ecken haben mir echt nicht gefallen. Da habe ich mich ziemlich durchgequält. Okay. Ich bin 2 Sekunden hinter Percy. Das gefällt mir schon mal gut. Es fängt gut an. Also nach der ersten Etappe sieht es wie folgt aus. Auf Platz 1 haben wir den Stefan mit 3,09. Der war nochmal 20 Sekunden schneller als ich. Den Airplayer auf Platz 2 mit 3,13. Uri 4,4,4,4,4 mit 3,15 auf Platz 3. Dann den Percy mit 3,27 wie eben schon erwähnt. Und ich direkt dahinter mit 3,29. Nach mir kommt der Bodo radiert mit 3,30 im Peugeot. Und der Southwest mit 3,46 dahinter. Und dann sind schon die Viererzeiten Bazooka und Mob Infanterie. Ja, so ist der Zwischenstand. Dann geht es weiter in die nächste Etappe. Start. In 5 rechts. Über Kuppe Stämme. 30,80,4 links. Viel Glück. Viel Glück. Das kann ich brauchen, Tanja. Danke. Es ist immer wieder aufregend, wenn man den S1 unterm Hintern hat. Es wäre geil, wenn ich so einen Motion Rig hätte, das jetzt so vibriert. Dass man richtig den Motor spüren kann. So was bräuchte ich noch. 5,4,3,2,1, los. In 5 rechts. Über Kuppe Stämme. 30,80,4 links. 50,4 links. Macht zu. Über Kuppe. 80,5 links. In 2 rechts. Lang. In 3 links. Abzweig. In 2 rechts. In 2 links. Lang. Macht zu. 80, über Wellen. 4 links. Macht zu. Über Kuppe. In 2 rechts. Über Kuppe lang. Macht auf. In 4 rechts. Über Kuppe. In langsam. 3 links. Lang. Macht zu. 2 links. Abzweig. Verdenkt bergauf. Rechts halten. Für 50. 5 rechts. Über große Kuppe. In 6 links. Lang. Macht zu. Macht zu. Übersprung. In 2 rechts. Abzweig. Macht zu. In 3 links. Macht zu. Macht zu. Über Kuppe. In 4 rechts. In 4 links. In 2 rechts. Macht zu. Macht zu. 5 rechts. 5 rechts. 4 links. Über Welle. Kuppe. Macht zu. Langsam. Links halten. Für 80. Über Kreuzung. 2 rechts. Abzweig. In 3 links. Macht auf. Über Kuppe. In 4 rechts. Lang. Über Kuppe. Da habe ich den Abzweig verpasst. Leider. In 3 links. Abzweig. Kehre rechts. Shit ey. In 4 links. Lang. Über Kuppe. Macht zu. 100. Don't cut. 6 links. Übersprung. Rechts halten. Für 30. 6 links. Macht zu. Macht zu. 30. Über Kuppe. Welle. 80. 6 links. Über Kuppe. Über Kreuzung. 50. 6 links. Über großen Sprung. 80. Mittig halten. Über Kuppe. Langsam 30. 6 links. In Abzweig. Kehre rechts weit. 50. Oh das gibt es doch nicht. 5 links. Über Kuppe. 50. 3 links. Über Kuppe. Macht zu. Don't cut. In 4 rechts lang. Macht auf. Langsam 30. 4 rechts lang. In Abzweig. Kehre links. Panzer links. 1. 1. Leinste. 3 links. 3 links. 90. 1. Schätzelein. 60, Kuppe in 5 rechts lang, macht zu, durch Tor und Wasser, Sprung, 100, Kehre rechts eng. In 1 links lang, macht auf, 2 lang, 60. 4 rechts, macht zu, über Sprung, macht auf, lang, macht zu, Sprung, in 4 rechts, macht zu, durch Wasser und 2 rechts lang, macht zu, durch Tor, macht auf, über Kuppe, 60, 5 links, macht auf, 50, 6 rechts, über Kuppe, 60, über Ziel, 4 links lang, macht auf, über Kuppe, bis Stop. Oh, shit, ey, also da habe ich mich jetzt echt nicht mit Ruhm bekleckert. Das war nicht meine Etappe, da habe ich 2 Kehren komplett verpasst und bin gerade ausgerutscht. Und da bin ich jetzt auch schon 13 Sekunden hinter dem Percy. Mann, eben war ich noch so dicht dran. Dann schauen wir kurz auf den Zwischenstand. Auf Platz 1 ist jetzt der Uri, 4, 4, 4, 4, 4, in seinem Lancia Delta, dicht gefolgt von Stefan, 1701D. 3 Sekunden hinten dran, zweieinhalb. Der Airplayer hat sich nach oben gearbeitet. Der ist jetzt auf Platz 3 mit 6 Minuten und 34 Sekunden. Bodo radiert auf Platz 4. Percy ist auf Platz 5, dicht gefolgt von meiner Wenigkeit, 13 Sekunden hinterher. Southwest dicht hinter mir, 4 Sekunden Abstand. Dann Bazooka und dann Mob Infanterie. Und wir lassen uns überraschen. Es geht weiter in Etappe Nummer 3. Drückt mir die Daumen. Ich gebe mir Mühe. Start. 50, 6 rechts, über Kuppe, sehr lang. Macht zu. In 4 links, über Kuppe. Viel Glück. Das ist einfach ein wunderschönes Kfz. Das muss ich mal wieder sagen. Es ist meiner Meinung nach das schönste Rallye-Auto, was je gebaut worden ist. So, und auf geht's los. 5, 4, 3, 2, 1, los. 50, 6 rechts, über Kuppe, sehr lang. Macht zu. In 4 links, über Kuppe. In 3 rechts, über Kuppe. In Don't Cut, 2 links, macht zu lang. Macht auf, über Kuppe. 80, über Kuppe. 6 links, 30. 6 links, über Kuppe, sehr lang. Macht zu, 4. In 5 rechts, in 5 links, lang. Macht auf, über Kuppe. 80, Kuppe. In 3 links, lang. Macht zu. In Cut, 4 rechts, über Kuppe. 130, über Kuppe. Cut, 4 rechts, über Kuppe. 50, Kuppe. In 3 links, macht zu. Durchsenke. In 4 rechts, macht auf, über Kuppe. In 4 links, macht zu. Macht auf, voll, über Kuppe. 80, 5 links. In rechts halten, für 30. Kuppe. In 4 links, in 5 rechts, über Kuppe. In 6 links, macht auf. Mitte halten, übersprungen. Mitte! 50, 6 rechts, Mitte halten, über Kuppe. Mitte halten, finde ich, Abi Weltmeister. Viele kennen ihn nicht. Aber die Inseider, wissen natürlich. In 5 links, macht auf, über Kuppe. 60, Kuppe in Don't Cut, 3 links, macht auf. Voll, Mitte halten, über Kuppe, in 6 rechts. 50, 6 links, macht auf, über Kuppe, in 5 rechts. Langsam, 80, 6 rechts, über Kuppe. Nicht da reinrutschen. 60, ab 2, bedenkt, kehre links. Macht auf, bergauf. 100. Ich dachte, ich wäre im 1. 6, 6 lag, über Kuppe. Und 6, 6 extra lang. War bei Weich und 2. Und das war jetzt ein bisschen blöd. Hier muss man aufpassen. Macht auf. 40, links halten, über Kuppe, 2 mal. In 6 rechts, über Kuppe, sehr lang. Macht auf, langsam, 4. Macht auf, über Kuppe. In Abzweig, verdeckt, kehre rechts. 60, 4 links, macht auf. Über Kuppe, macht zu, 2. Macht zu. 30, 5 links, lag, macht auf. 140, Kuppe, lag, in 4 rechts. 50, 4 links, macht auf. 70, 70, frühe 4 links. Alter. 100. 6 links, über Kuppe, bei Steppen. 60, 5 rechts, macht auf, über Kuppe. 30, Cut, 4 rechts, über Kuppe. 30, 4 rechts, über Kuppe. Langsam, 5 links, bergab, entkehre rechts. In 5 links lang. Macht zu, 3. Durchsenke. Macht auf, lang, über Kuppe. 100. 5 links, über Kuppe, Sprung. Langsam, 50. Kehre rechts, verdeckt, weit. 50, 5 links, über Kuppe. 40, 5 links, über Sprung, macht auf. 50, 3 links, macht auf. 70, rechts halten, über Kuppe. Und 4 links lang, Don't Cut, Stämme. Langsam, 80, Kuppe und kehre rechts, verdeckt, weit. 80, über Kuppe lang, uh, in 4 links, durch Tor. 60. Langsam, 4 links lang, macht zu, 3. In 1 rechts, macht zu, 80. Durch Tor, 4 rechts, über Kuppe, macht zu, 3. 150, durch Senke, 5 links, über Kuppe lang, 70. 60, 6 rechts, über Kuppe und Sprung. 100, über Sprünge, 5 links, macht auf. Über Kuppe lang, macht zu, langsam. Kuppe, in Kehre rechts, weit, macht auf. Und 5 rechts, über Kuppe. 30, 4 rechts, über Kuppe, Sprung, macht auf. 100, 100, Kuppe voll, 100, Welle, in Mittig halten, über großen Sprung. 50, bergab, 4 rechts lang, macht zu, über Kuppe. 70, 6 links, macht zu, 3 links lang, durch Pfosten. Nein, och ne. 6 links, macht zu, in 3 links lang, durch Pfosten. Ja, war das ärgerlich. Ich erklär gleich, warum. 3 rechts, über Kuppe, macht zu, don't cut. Och, wie ätzend. 4 links, 100, 2 links lang, macht zu, in 2 rechts, über Kuppe, 50. Kemba in 2 links, macht zu, 70, Kuppe voll. 100, rechts halten, über Kuppe Sprung. Ah, jetzt bin ich raus, ey. Ah, fuck, ey. Ich bin gerade voll aus der Konzentration weiter, weil ich mich sehr geärgert habe. Mitte gehalten, über Kuppe langsam, 150, Abzweig verdenkt, kehre links. Ah, jetzt ist eh alles verloren, ey. Oh ja, gib mir noch ne 9 Sekunden, Strafdurch. Mach auf, 6 rechts, und 5 links lang, macht zu, über Kuppe, in rechts halten, über Kuppe, in, don't cut, 2 links, und 4 links. In 5 rechts, in 6 links, über Kuppe. Und 6 links, über Kuppe, welle, macht zu, 5, bergab, 80, 5 links, 100, 6 rechts, und 5 links, über Kuppe, 30, 6 rechts, 100, mittig halten, über Kuppe Sprung, in 5 links, 80. Nein, bleibt doch da, wo willst du denn hin? In 6 rechts, macht auf, über Kuppe lang, macht zu, 5, macht zu, in 4 links, in 5 rechts, über Kuppe, 80, 6 links, durch Senke, in 5 rechts, welle, lang, macht auf, über Kuppe, über Ziel, 80, bis Stopp. Ach, so eine, also das war wirklich Pech, Gott sei Dank bin ich noch relativ dicht an Southwest dran, aber Percy kann nicht vergessen, der ist jetzt ne gute Minute schneller als ich, das hole ich ja nicht mehr auf. Ach Gott ey, das ärgert mich richtig, weil bis zu dem Zeitpunkt lief es einigermaßen gut, jedenfalls hat es sich für mich gut angefühlt, aber, ja, manchmal hat man eben Pech. Ja, das war, ja, vielleicht war ich auch ein bisschen zu hitzköpfig gefahren, keine Ahnung, aber es hat mich jetzt auch sehr geärgert. Ja, auf den Plätzen 1 bis 3 hat sich nicht viel getan, Uri, Stefan und Airplayer, danach Bodo radiert mit 13,50, 8 Sekunden später kam Percy ins Ziel mit 13,58, dann auf Platz 6 mit 14,51 der Southwest und ich mit 14,53 hinterher und die letzten beiden Plätze sind immer noch Mob, Infanterie und Bazooka in Etappe 3. Kommen wir nun zu Etappe 4. Okay, kommen wir zur letzten Etappe, für die ich jetzt leider nicht mehr so viel Hoffnung habe, wie für die Etappen davor, aber ich gebe mein Bestes und bin guter Dinge, dass wir Goffren Forest gut hinter uns bringen. Ich meine, hier geht es ja jetzt noch, mit der Abendsonne. Macht auf, 60 über Welle, 6 links, in 5 rechts über Kuppe. Viel Glück. Natürlich kann ich jetzt das Licht nicht anschalten. Das ist ja super, weil wir noch stehen, das Spiel hat quasi noch nicht begonnen. Naja, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Du spielst am Controller? Nein, Gottes Willen. Hier, du kannst mein Rad sehen. Ich stehe mit einem Rad. Das ist mein realer Rad. Das ist, warum es Shuriken und nicht Audi. Und hier ist mein Schifter und mein Handbrake. Es ist eine Mixed-Reality. Das ist meine Realität und das ist deine. Das Spiel-Reality. Und ich bin hier, in der Rückseite. Okay, danke Gott. Nein, ich habe gerade den Button-Map für die Headlights checked. Also, lasst uns. 5, 4, 3, 2, 1, los. 4 rechts lang, macht auf. 60 über Wellen, 6 links. In 5 rechts über Kuppe. In 4 links lang, macht zu 2. Über Kuppe, durch Tor, durch Wasser. Und 3 links über Wellen, macht auf, lang. Übersprung, macht zu. 4 links, übersprung. In Don't Cut, 1 rechts, sehr lang, macht zu. In Abzweik, kehre links, eng. 6 links, über Kuppe und Sprung, Wasser. 4 links, durch Tor, lang. Macht auf, über Kuppe. 100, 6 links, 100. 4 links, don't cut, über Kuppe, 50. 6 rechts, in mittig halten, über Kuppe, langsam. 130, abzweig, verdeckt, kehre rechts, eng. Berg auf. In 5 links lang, macht auf, über Kuppe. Und 6 links lang, in 4 rechts, innen halten, über Kuppe, macht auf. 30 über Wellen, in rechts halten, übersprung. In Abzweik, 2 links lang, macht auf, Berg auf. In 6 rechts, 60, mittig halten, über Kuppe und Sprung, maybe. 170, 6 rechts, übersprungen. Und Gabel, 6 rechts, über Kuppe, in langsam. 6 links, über Kuppe, in 2, rechts. 100, down, mittig halten, über Wellen, in mittig halten, übersprungen. 130, über Wellen, langsam. 4 rechts, lang, macht zu, 3, über Kuppe, in Abzweik, kehren links. In 4 rechts, lang, macht zu, über Kuppe, in 4 links, lang. In Achtung, langsam, Abzweik, 2 rechts, verdeckt, sofort 2 links. 60, über Kuppe, 3 rechts, macht zu, über Kuppe, 4 links, 4 rechts, 2 links, macht zu. Und 4 rechts, 4 links, in 3 rechts, lang, macht zu. Diese Fassade hasse ich. Macht zu, macht auf, übersprungen. Das ist so ein Slalom. In 3 rechts, lang. Achtung, 30, Gabel, 6 rechts. 4 links, über Kuppe, bergab. Langsam links halten, für 80, T, 2 rechts. Macht auf, 6 lang. In 3 links, lang, macht auf. Macht zu, 2, über Kuppe. 4 rechts, lang, über Kuppe. Oh, Baby, nein. Macht auf, 100. 2 rechts, lang, macht zu. In 5 links, 4 rechts, 2 links, lang, macht zu. Boah, die Lichtstimmung hier im Wald ist so schön. Mit der Sonne, die von der Seite kommt. 2 links, lang, macht zu. Und hier ist es so dunkel, ich brauche Licht. In 6 rechts, 80. 3 rechts, über Kuppe, Stämme, 60. Mit die kalten, über Kuppe und 4 rechts. Rechts halten, für 70, 6 links, über Kuppe. In 3 rechts, lang, macht zu, don't cut. 60, vor. 5 rechts, über Kuppe. In mittig halten, über Kuppe. 30, 6 rechts, über Kuppe lang, macht zu, 3. In 2 links, lang, macht zu, 1. 6 rechts, in 4 links, lang, in 3 rechts, über Kuppe lang, macht zu, 50. 4 links, über Kuppe, langsam, 30, Tor und Abzweig, 1, links. 50, Abzweig, verdenkt, 2 rechts, lang, macht zu, bad camper. In 6 links, und langsam, 5 rechts, macht zu, in Abzweig, kehre links, macht auf. In 4 links, über Kuppe, in Abzweig, 2 rechts, don't cut. 30, 5 rechts, in 5 links, in 6 rechts, und don't cut, 3 links, über Kuppe lang, macht zu. 150, 6 rechts, lang, über Kuppe, macht zu, in 3 links, innen halten, übersprungen. In 4 rechts, durchsenke, macht auf, über Kuppe, 60. Nein, nein, nein. 5 rechts, lang, in 6 links, über Kuppe, Welle, in 4 rechts, macht zu. In 5 links, über Kuppe, in 4 rechts, lang, links halten, für 30, 3 rechts, macht zu. In 4 links, macht auf, über Kuppe, 30. In 5 rechts, über Kuppe, lang, macht zu. In Dirt Rally, 2.0. 50, durchdor, 5 rechts, in 5 links, in 5 links, You can use it, all the time, if it's. 5 rechts, lang, macht auf, über Kuppe, macht zu, in 4 links, über Kuppe, und Sprung, macht auf, und macht zu. Rechts halten, über Welle, in 5 links, 5 rechts, 6 links, übersprungen, in 4 rechts, macht zu. Links halten, übersprungen, in 3 rechts, macht zu. In 5 links, in 4 rechts, lang, macht zu, 2. Links halten, für 30, mittig halten, übersprungen, in 4 rechts, lang, macht zu. 50, don't cut, 3 links, macht zu. Oh, what the fuck? In 3 rechts, übersprungen, in 5 links, und 3 rechts, lang, macht zu. In 3 links, lang, macht zu, macht auf, über Kuppe. In 5 rechts, lang, macht zu, 4. In 6 links, und 3 rechts, lang, macht zu. Und 3 links, lang, macht zu. In 6 rechts, über Kuppe, 40, 3 links, lang, macht zu. In 2 rechts, lang, macht zu. Langsam, links halten, für 70, Abzweig, verdeckt, kehre rechts, bergauf. In Kuppe, und 2 links, lang, macht auf, 60, überziehen. 80, stopp. Oh, Mann, ey. Das war keine schöne Etappe. Was hat denn mein Rechner da gemacht? Ich bin aber noch live, ne? Ihr seht mich noch. Ah, okay, das war ein ziemlicher Hellride. Und deswegen konnte ich mich auch nicht verbessern, bin eine halbe Minute hinter Southwest. Völlig zu Recht. Aber ich hatte halt diesen einen Slide, wo ich runter zwischen die Bäume gerutscht bin. Und dann ging es nicht mehr vorwärts und nicht mehr rückwärts, leider. Das ist halt hier so, weil die Strecke sehr abfällt. Da kommt man dann nicht mehr raus. Ach, so schade. Also, kommen wir zum vorläufigen Endstand. Auf Platz 1, der Stefan hat sich nochmal zurückgekämpft. Mit 19 Minuten 27. Da hat der Airplayer in der letzten Etappe nochmal gute 10 Sekunden verloren. Auf Platz 2, der Airplayer in seinem Metro 6R4 mit 19, 38. Auf Platz 3, Uri. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. In seinem Lunch hat Delta S4. Mit 19 Minuten 49. Dicht gefolgt von Bodo radiert. Mit einer Minute länger. In seinem Peugeot. Auf Platz 5, der Percy. Mit 20, 51. Relativ dicht gefolgt. Mit einer weiteren Minute mehr von Southwest. Dann eine halbe Minute drauf. Dann haben wir Yours Truly. Shuriken 1, 337. Und auf den letzten beiden Plätzen Mob Infantry und Bazooka. Ja, es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Und für eure rege Chat-Teilnahme. Wenn ihr das Event mitfahren wollt und schaut euch das jetzt gerade auf YouTube an und nicht auf Twitch, dann könnt ihr gerne mal in die Videobeschreibung klicken. Da ist nämlich der Link, um in unserem Dirt Rally Club mitzufahren. Und ja, wir fahren zwölf Events bis Weihnachten etwa. Aktuell läuft Event 2. Ihr könnt also durchaus noch teilnehmen. Ihr könnt im Prinzip bis zum Ende teilnehmen. Aber wenn ihr noch ein bisschen Punkte einfahren wollt, kommt ihr lieber früher dazu als später. Alright, Pokes. Dann würde ich sagen, der alte Mann verabscheut sich für heute. Es war mir ein Fest. Ich bedanke mich recht herzlich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dirt Rally. Höchstwahrscheinlich. In diesem Sinne, wiederhauen und reingeschauen. Ciao. Bis zum nächsten Mal.